Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Letzt Playtog Erbaut auf Tanks und ich fange mittendrin an und eine Aufnahme drin nicht eigentlich auch aber irgendwie versichert der Bildweil sein das war darum gespackt hat und naja ich dem entgegenkommen ich hätte glaube ich mal ein das ist übrigens du bist übrigens alleine da Mönchengen eigentlich kann die Kurschüsse hier und das ist der erste Abbilder nicht auch aus dem Untertitel Norbert gemerkt ich habe es die Jute ich werde gleich mal das Auto-Follower-Plugin nennen Aua, Aua, Aua Aua, der hat gesessen, Kollege Aua, ich bin tot Wirkungstreffer Feuer erlaubt es erteilt Zähl verloren Oh, der hat gesessen, der hat gesessen Der hat gesessen, Kollege Der hat gesessen Ey Nein, ich lebe noch, ich bin Boah Oh, und jetzt habe ich nur noch 4 Meine Güte, 3 Da ist wer Ja, ich sehe es hier, aber ich kann ja ein bisschen schlecht halten Ja, würde ich ja gerne Wow Komm, lass den treffen 82, besonders schlau LOL Wir haben sie Es ist übrigens nicht gerade Wurde getroffen Sie kann jeden Moment reißen Was, ich höre dich gerade so ganz, ganz Ich habe gerade ein kleines Problem Dann rede ich jetzt einfach in meiner Aufnahme irgendein verrückt corresponding aber jetzt geht es wieder gut Oh, meine Kette ist kaputt Woh, 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 das ist la nicht uler Woll � Nein! Wollen wir rein! Der ging voll durch ihre Panzerung! Ne, was jetzt ganz lustig ist, jetzt wo du... Loll! Wir haben sie böse erwischt! Sie haben uns! Jetzt fliegt da seine Panzerseele in den... Loll von zwei Seiten! Genau! Da fliegt seine Panzerseele in den Himmel, wenn man... Oh! Geil, da fliegt... Da fliegt auch meine Seele raus! Red ich hier gegen eine Wand oder einfach nur mit dir? Nein, ich hab... Ich hab mich grad nur ein bisschen konzentriert. Entschuldigung. Das ist so ungewohnt von dir, dass du dich konzentrierst. Ne, ich konzentriere mich eigentlich ziemlich häufig, aber dann... So Multitasking für dich bin ich dann doch nie, dass ich dann beides gleichzeitig machen kann. m die Probe auf 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 die Möchel aber nicht mehr der Fieber was macht er denn immer die Mauer an was er tun aber ganz gut stütt es ist so unnötig aber um die Lustig was machst du denn da rumklimpern um weil sie nicht was war war zu übernommen make er so rauskomm ich habe ich pass mich an bei er war nur play with the stück so you can choose another five level bitch level 5 g g g g g gott segne mich und alle anderen die das hier schauen vor cake of empire weil sie sich gibt noch mich gibt es nicht so acht warum soll es mich nicht geben ich könnte auch mal auf einer neuen facebook-seite vorbeigucken die ich gerade mal erstellt habe die wir auch mal auf eine kobe und natürlich immer auf der wir haben übrigens sagen auf der 13 points das heißt wir könnten sagen auf der acht tage nein gar nicht seiner für zwölft zwölfeinhalb tage lang und denen zwar laufen lassen von Minecraft was denn ich mir die Webseite aufgebildet du hast du noch nicht mal den Trailer geschnippelt der ist fertig und ich erinnert wird gesagt du brauchst noch aufnahmen und ich gehe und ich gehe auch noch zwei Aufnahmen habe ich ja nicht aber der Rechner damals gesagt hat nun kann ich nicht was sie die Aufnahme hatte die Aufnahme zwei Aufnahmen fehlen mehr aber das sind keine Wettelsachen drin und keine Wettelsachen egal ja wir beide aber das war scheiß weil wir einmal sehen da kam auch nur gerufen und ausweilen ja und da habe ich natürlich geguckt aber das sind die Kunde sich komisch das ist ja bei ich muss alleine durch haben wir sehen müssen so ich habe alle runtergezogen ich weiß nicht ob er alle was er erhältlich ist 150 ich bin der Wunsch und wir haben einen der KV 1 die German mehr als Kuchen 3 Kastien Der ging nicht durch. Ah, meine Arme Kettung. Die Musik tut weh. Wir haben sie voll erwischt. Wir haben sie bös erwischt. Wir haben sie bös erwischt. Volltreffer. Die Musik wird nicht aus. Das muss weh tun. Der ging glatt durch. Die Musik wird nicht aus. Die Musik wird nicht aus. Die Musik wird nicht aus. Oh. Ja. Hauptgeschütz, getrachtel. Scheiter. Die Musik. Die Musik. Fucking Hauptgeschütz, ey. Oh, jetzt ist es weg. Meine Freunde. Oh, jetzt rückelt das wieder, Mama. Nein. Nicht hin. Den will ich haben. Den will ich haben. Oh, meine Seele fliegt in Himmel. Oh, meine Seele fliegt in Himmel. Oh, meine Seele fliegt in Himmel. Oh, lol, ey. Was ist denn hier wieder los mit meinen zwei Frames? Oh, mein. Oh, das ist ja nicht. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich kann gerade nicht so schlecht. Seine beiden Ketten sind schlügt. Die haben uns eine Kette abgeschossen. Wir stecken fest. Ja, genau. Oh, nein. 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 die Stimmung und wurde ich habe es gar nicht gesehen der Heimelsflieger absolut unnötig Engelchen der Panzerengel Paul Pantlach und ich habe nicht gewünscht so gehen wir aus der Welt die man auf die Schwer ja auch zu schnell zocken und die Geräusche sind ja mehr als nervig ich hätte also hier noch mal zu hören was knippst du denn da immer warte ich 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 versuche gerade zu machen also so so mit dem Menü er kommt irgendwie so gekippt an die mit Geld das war eher egal ist man hierher kommen Musiker wieder weitergehen Prozent hier haben wir 8 8 Musik fällt mir gerade mal ein ich habe ja letztens vorher auch die Musik vergessen und jetzt habe ich es auch gerade vergessen ja naja mal schnell den mal anmachen Fuba in Normal Mode wenn du es immer vergisst warum lässt du dann ja die normale Mucke laufen ich vergesse das nie außer einmal da habe ich es einmal vergessen aber ich kann jetzt unten rechts in das Touchpad klicken oh das will ich auch da müsste die Musik jetzt eigentlich automatisch anfangen ja sag ich doch welche schöne Random Laws ja das klingt gut Peter Peter Ennis LVT ich hab mir ein Handy in der Hand und damit mache ich jetzt ein Bildschirmfoto auch mein Handy Dings hat geschrieben nicht Dings sondern Dings eine andere Dings also nicht die Dings sondern der andere ach so Dings Dings ne nicht Dings sondern Dings kennst du nicht ne doch vielleicht schon aber egal ein 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 ich habe auch zu mir in den Ring und die jetzt schmier ich wieder ab hier fach in die und die die nicht mit dem Bokken schon wieder beenden sehr, sehr lustig ja, da hat es VOT, glaube ich, wieder zerfetzt bis, ja, ich glaube, ich schnippe das einfach an dieser Stelle bis gleich und da bin ich auch schon wieder in meiner Aufnahme drin, hallo, da sind wir wieder Cake of Embraer, den Vogel ich bin nur das Piepen muss immer so synchron machen, damit das war, dass uns hier nicht passt alles mit Outer City naja, das hat man jetzt aber bei mir eine Aufnahme, jetzt denkt man noch, kannst du ja auch schnell Schieß mich hier nicht ab, du Sack ja, von hinsen los, das ist noch Level 3, oder? bereit zu feiern drei Striche doch, eigentlich schon Schieb hat wohl nicht Volltreppe wir haben es ja Screw you bitch, ey Feuer erlaubnis erteilt ein Auto verstört jetzt der Blau, du hast das ein oder andere Problem gerade noch so einer und die sind fertig ich kann sie sehen das geht mir so offen sein und war da noch jemanden? ne, ja, war das ist eben auch jemand da kommt noch ein T-Virksion durch die AT2 kommst du nicht durch das ist ein Dingstens Jagdpanzer schreib doch mal in die Kommentare, ob ich mir jetzt auch mit dem britischen Jagdpanzer anfangen soll ich glaube, ob ich die sind gar nicht so schlecht dann höre ich nämlich mit dem Franzosen auf ich könnte mir jetzt nämlich den BD 0 1,2,3,4,5,6,7,Pi erforschen da habe ich, glaube ich, so war ich, so war ich, so war ich, aber Loll wir sind bewegungsunfähig äh, ne, nicht Loll volltreffer äh, so er sagt ich ... hä, der hat Reparatur-Kill da müssen die auch was volltreffer ja weiter gehts warum da zu von hiern, wer sehen konnte äh, ich hab deine Kette kaputt geschossen und keine zwei Sekunden später waren sie wieder heile ja, da sind mir auch ein paar lustige Dinge aufgefallen, und da andere, dass man hier sogar macht, also mal Sachen machen kann, bei Kant so, die Mathilda steht da noch rum Die wird gleich richtig fett aufs Maul kriegen. Reicht noch. Eine unserer Ketten ist zerstört, wir sitzen fest. Und naja, gut. Das war's dann auch für die Runde. Und die Folge. Da hat mein Handy gerade gebimmelt, wer es gehört hat. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder auf meinem Kanal dabei. Oder bei ihm. Aber am besten bei mir. Nee, bei mir. Ist wichtig. Weil ich bin Fame. Ich hab dem Bruder geschrieben. Wie bitte? Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wenn es denn wieder heißt, er let's play together world of tanks oder let's play alone oder let's play mit irgendeinem anderen Arschloch. Also Stork. Ja, wenn du das guckst. Ey, ich hab ein Überabzerbrecher. So. Ey, ich hab ein Überabzerbrecher. Na ja, bis zum nächsten Mal. Wunderschönen Tag noch. Tschüss. Tag noch. Tschüss.